La Orana, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder eure Marie Tahiti und ich habe jetzt den Winter-Uri Tahiti Floh für euch. Und zwar wollen wir verbinden, den Oktober, da hatten wir den OP, den Kreis mit einem aufgestellten Band, wenn ihr euch erinnert, auch auf der anderen Seite. Und dazu kommt der Farapu auf einem Band und der A-Fa-Ta, eine Box. Und die verbinden wir jetzt in diesem Winter-Floh zusammen. Viel Spaß euch und ihr folgt einfach. Okay, wir starten einfach mal mit dem Armee, der Kreis. Wir vorne zusammen in die Bauchmuskeln. Sehr gut. Wir drehen rechts rum, euer rechts, ein rechter Kreis. Stellen das rechte Bein auf. Der Kreis geht weiter, rechts rum, damit es ein OP auf dem rechten Bein wirkt. Das linke Bein ist gebeugt. Okay, wir tauschen. Links, Armee. Linkes Bein aufstellen. Kreis, links rum. OP links. Sehr gut. Wir gehen rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links. Rechts, links, links, links. Links, links, links. Jetzt nur noch eine. Rechts, links, rechts, links. Rechts, links. Links, links. Alex, Cartman. Fahrt da bis rechts. Vor, drück, links, rück. Vor, rück, vor, rück. Vor, rück. Vor, rück. Vor, rück. Wir wechseln. Links, rück. Rechts, rück. Links, rück. Rechts, rück. Beine nebeneinander. Vor, hinter, vor, hinter, vor, hinter. Achtung, es gibt verschiedene Apatras. Wir nehmen die B und Z. Vor, hinter, vor, hinter, vor, hinter, vor, hinter. Army. Weiter geht's. Army, Gewicht auf das rechte Bein. Dann dreh ich schneller, nimm das Bein hoch und bleib in einem gleichmäßigen Gras. Das Tempo kommt mit der Zeit selber. Geh auf das linke Bein, rechts hoch, wechseln. Ja, noch die Arme ausstrecken. Doch starre nicht nur auf das Wasser, wenn es mir nicht eingeschickt wird. Wenn das noch schwierig ist, dann lasst die große Zehen noch unten. Oder nimm das nicht ganz so hoch. Wichtig ist, gleichmäßig drehen. Dreh, dreh, dreh. Den Fahre. Raku. Dreh, 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 dreh. Und dann könntest du natürlich einmal hoch. Gerne auflaufen. Okay. Reck. Reck. Acht. Vor. Rang. Schritt. Rang. Wechsel jetzt. Vor. Reck. Vor. 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 Sie wird sein Halper. Hals. Wind. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Und es scheint eine Stimme ruf der Tau, komm doch zu mir. Jetzt ist es Zeit. Zeige mir den Ort hinterm Horizont. Durch. Hals. Ist es mir leid? Bin ich bereit? Wenn der Wind und das Meer sich mit mir verbündet, dann ist es Zeit. Sehr gut. Sehr gut. Ah, Vater. Wunderbar. Maruru. Bis bald. Eure Marie Tahiti. Mber goofy. Aber.